So, willkommen zurück zu einer Wartrunde Leak. Heute gibt es eine Runde Ringo, Ringo Lino. Warum wird eigentlich empfohlen, Talisman zu starten? Phantas Talisman, das verstehe ich gar nicht. Wir gehen neben Aue Schaden. Oh, wahrscheinlich. Aue Schaden? Ne, warte mal. Also du hast ja vier Aue Schaden und deswegen machst du lieber auf alle Gegner. Naja, gut. Ich weiß nicht. Ich bin am überlegen, ob ich Blue starte oder Red. Am besten nicht bei mir. Ist eigentlich egal. Warum nicht bei dir? Weil ich immer noch nicht Connected bin. Der Kleid ist abgeschwärzt. Ich habe auch mal Greenfathers Gift mitgenommen, weil mit Ringo sollte das eigentlich ziemlich geil sein. Gut, wir werden mal gucken. Wir werden mal gucken, was wir machen. Ich habe geplant, ich baue Warrior, dann wahrscheinlich Black Cleaver oder, was haben die denn? Ja, ich baue Black Cleaver danach und danach gehe ich Full Tank. Renga wurde nämlich übrigens mit dem jetzigen Patch nicht genervt. Es wurden einige Jungler oder auch generell Champions genervt, unter anderem Syndra wurde genervt. Ähm, was noch? Mein Gott, Shyvana wurde ein bisschen angepasst im Jungle. Kha'Zix wurde ein bisschen angepasst in Form von Jungle Experience. Aber Ringo nicht, Ringo nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das hat echt viele verwirrt. Mich ehrlich gesagt auch, weil ich finde, naja, ich finde jetzt Ringo auch ziemlich strong. Ich weiß nicht, ob er Broken ist, aber der ist auf jeden Fall, ja, schon ziemlich schmackhaft. So, wie der aktuell ist. Weil du gegen ihn ja auch sehr wenig Counterplay hast. Ich bin mal sehr gespannt, äh, Warwick wurde jetzt released, äh, komplett oder revealed. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird, wenn der komplett draußen ist. Oh, Alter. Wie der Horror, Alter. Oh, er geht. Oh. Hat der gewartet hier? In Ordnung. Muss ja. Hm, meine Dings nicht ab. Bist du immer noch draußen? Daniel? Nee, ich bin jetzt im Ladebildschirm, hab 98%. Also müsste ich jetzt eigentlich schlecht gegeben sein. Ob der behindert? Ja, aber passiert. Ich weiß gar nicht, warum. Wir wollten schon remaken, Alter. Als ob ich ein Normal-Game remake. Die haben auch eine Macke, Alter. Jace ist auch aktuell wieder so viel gespielt worden, ne? Das ist heftig. Der ist auch immer noch mega hoch. Dadurch, dass alles andere genervt wurde. Oh, come on. Wurde ja seit den Ruids nicht geändert. Die haben wir einfach nur vergessen. Naja, es ist immer so, ne? Die Champions werden dann einfach irgendwie vergessen und sind dann auf einmal wieder ultra-strong. Easy game, würde ich sagen, Leute. Easy game. Ich glaube, wir gehen mal B. Ja, wir holen uns auf jeden Fall Warrior. Warrior sollte Pflicht sein, immer noch mit Ringo. Wir haben unseren ersten Stack schon mal abgeholt. Das ist ganz wichtig bei Ringo, ne? Immer versuchen, Early-Game schon Gangs durchzubringen. Wenn er solche simplen Gangs durchbringt, dann, ne? Die Jinx hat auf jeden Fall nicht so viel Spaß, glaube ich. Aber ich verstehe auch gar nicht. Konnte der gar nicht farmen? Ja. Ist ein bisschen unlucky natürlich. So der. Aber die hatten doch irgendwann mal Ringo's Passive, glaube ich, genervt, oder? War das nicht mal so? Ne, die haben es nur geändert. Soll ich was? Ne, ich glaube, die hatten es auch mal kurz angepasst. Dass du halt mit weniger Stacks weniger Impact hast, aber mit mehr Stacks mehr Impact oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, irgendwie sowas radert. Dass du, glaube ich, weniger Base-AD kriegst, aber dafür mehr Bonus-AD oder sowas. Ja. Ist halt aber nicht viel geändert. Ja, ich glaube, ich brauche Botlin gar nicht kommen. Okay, unten geht gar nichts. Was haben die für einen Jungler? Hackerim, ne? Nice. Top-Land ist dafür Free-Win. Ich kann mal mitbekommen. Ja, ich habe heute keinen Mauer noch. Ah, der ist im Busch. Ist tot. Was? Schöner, schöner, äh... Schöner, äh... Na? Schöner Flash von dem Typ. Ja. Ich habe wohl sehr viel gemacht. Unsinn. Boah, alter. Der Daniel, der Aenrage, er direkt... Direkt Free-Win. Also, wenn sie schon Level 5 Spam, da müssen sie auch richtig spielen, Mann. Ja, das ist immer eine Ansage, würde ich sagen, oder? Ja. Bist du, was richtig dumm ist? Ich finde, diesen W-Spell, den finde ich, den finde ich einfach richtig hohl. Das macht halt, äh, diesen Tank-Gee-Ringer als Mega-Broke. Ne, es ist einfach, ist einfach der Fakt, dass du auch dich aus CC befreien kannst. Ja, ja, deswegen kann es einfach früh tanken und einfach überall reinrennen und durchlaufen. Und, keine Ahnung, die Gegner können halt nichts machen. Ja, gut, vor allem bist du ja für anderthalb Sekunden irgendwie immun, ne? Ja. Das ist einfach komplett behindert, alter. Und das ist ja, ne, das haben wir ja schon gelernt, ne, in Zeiten, wo Poppy viel gespielt wird, haben wir ja gelernt, dass es einfach reicht, wenn du zwei AD-Items hast und dann bist du einfach biest genug. Deswegen werden wir das auch so machen, Leute. Also, mate. Meint der mich gerade mit W-Spell-Mask-Gype-Kommen? Ich glaube. Grenade. D-Sum. Unlucky. Ja. Der wegkommt. War unlucky, dass der Typ da direkt kam. Fuck it. Wie war das denn nochmal? Kriegt Rengar nochmal, kriegt der noch 5 Ferocity, wenn du aus dem Stealth kommst? Ne, ne, ich glaube nicht, oder? Ne. Aber für ein Leap kriegst du, für ein Leap kriegst du ein Ferocity. Wenn du null hast. RIP, alter. Äh, Kalista wurde ja jetzt mit dem letzten Patch auch ein bisschen angepasst, ne? Die wurde ja auch verbessert. Bin mir nicht sicher, bin mir nicht sicher, ob die jetzt viel besser ist, aber... Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben nur die Units verringert, die du brauchst, um deinen Reset zu bekommen auf dem E. Ja, das ist einer. Ja, das ist halt... Also es geht ums Mana in dem Fall. Ja gut, aber es ist trotzdem... Das ist halt nicht das Problem. Das Mana ist nicht das Problem. Du hast kein Damage, alter. Dem Item-Build, was du auf Kalista baust, das machst du halt zu wenig schauen. Richtiges AD-Carry-Aid im Build passt zu Kalista nicht. Naja, das ist... Kalista ist halt kein Champ, der auf AD geht. Sondern das ist ja ähnlich wie mit Vayne, ne? Vayne war ja vorher auch auf Blade gespielt, aber die kann jetzt einfach Crit-Build bauen und so und ist halt strong. Ja. Das ist halt mega OP, alter. Ich müsste eigentlich mal den Hecarim killen. Hecarim oder Botlane. Ich mach mal den Blue. Ich muss sagen, ich bin mit Rengar echt nicht so gut. Gut, dass der einfach gar nichts machen kann gegen mich. Ich halte den einfach fest und strattere den einfach mit zwei Autotecks auseinander. Das ist ja komplett behindert, alter. Alter, der war full live, alter. Der kommt an, ich halte den fest mit meinem E, drück dreimal Q und der ist weg. Ja, komplett vernichtet. Schon lustig. Schon echt lustig, muss ich sagen. Jo, jetzt komm ich noch Botlane und hol mir da noch zwei Snacks ab und dann hab ich meine fünf Stacks. Läuft. Kriegt man eigentlich nur für Kills, das Ding? Ich glaube, es ist auch. Ne, muss nur Kill-Beteiligung haben. Ja. Boah, auf jeden Fall ist das so gut. Werfen schon. Ich wollte gerade Q drücken, Alter. Alter, das ist so broken. Ich habe jetzt schon 200 AD in Minute 11. Das ist einfach komplett behindert, Alter. Wirklich. Ich meine, mein N-Gage auf den Thresh und so, war eigentlich mega scheiße auf der Botlane. Mega scheiße. Die sind trotzdem instant geplatzt, Alter. Unser Jace ist auch einfach der übelste Biest. Midlane ist auch outfarmt. Ich muss eigentlich nur die Botlane fokussen. Die Botlane ist die einzige, die gecrushed wird. Aber das liegt doch eher daran, dass du halt gezählt warst oder nicht rein konntest. Also Leute, wir machen jetzt folgendes. Wir gehen einfach, ne, Black Leaver und danach bauen wir Tank komplett. Rando ins Omen, into, weiß noch nicht. Oder Deadmands Plate, vielleicht bauen wir auch Deadmands Plate. Ich glaube, das ist noch geiler wegen dem Out-First-Hit. Bin halt weggelaufen. Das ist auch so ein großes Problem der Tanks, finde ich. Dass solche Items wie Deadmands Plate oder Iceborne Gauntlet halt immer, oder Sunfire, das sind halt alles Items, die sich tanky machen und gleichzeitig auch noch Damage bringen, ne. Das ist halt übel dumm. Ich mach die Macht drauf. Das ist die Jinx, die Powerpoint ist. Ihr solltet weggehen. Gut. Gut, dass der einfach facemeltet wird. Boah, meiner. Ich krieg nicht mal einen Assist, weil man ihn eh nicht mehr trifft. Toll. Viel Spam, man. Du hast ihn vielleicht treffen. Du hast sie, Alter. Aber der heilt nur noch für Schaden, den du bekommen hast, ne, der W. Ja. Der Champion ist ja auch verletzt. Ja, natürlich. Ja. Äh. Kalkuliert. Das war auf jeden Fall kalkuliert. Aber es heilt auch einfach für 50%, ne, des Schadens, den du bekommen hast. Das ist halt auch irgendwie ein Wert, der nicht irgendwie komplett normal ist, oder? Ja, wenn du von einem... Worst Champion halt... ...meltet wirst, dann kannst du dich halt wieder einfach hochrein. Ja. Genau, das ist halt. Ich mein, stell dir das einfach mal vor. Du machst halt in der... ...in der Cast-Sequenz von der Syndra. Weißt du? Während die ersten Kugeln schon reinfliegen in dich. ...machst du dann irgendwann weh. Ich hab mich ganz verstanden. Ich komm bot. ...heil so Pfeffi mich hurtet, ey. Gut, schon. Was sagen, Alter? Ace. 14. Ich muss sagen, der Q, der macht auch irgendwie gar kein Damage, oder? Das ist ja... ...der ist ja komplett behindert. von der kasse ist mit ringer finde ich jetzt du musst nicht mal ein spell treffen um dafür die punkte zu bekommen die ferocity vorher war es halt so du musst es halt nicht treffen sonst hast du keine ferocity bekommen jetzt kriegst du halt immer ferocity das ist ja komplett behindert das stimmt doch mal gucken wie lang dauert hält man sich vor du hättest getroffen ja wollte gerade sagen ich habe ja noch die q gemisst sogar ne oh mein gott oh mein gott der aurelion ist einfach auch der rennt einfach alles rein oder ich habe fehler gemacht habe meinen wege das gilt noch mal vor allem das schlimmste finde ich an an ringer ist einfach dass er 14 sekunden unsichtbar bleibt rampage let's fucking go ja viele haben sich ja sowieso darüber sehr sag ich mal naja gemischt geäußert darüber dass er gar nicht genervt wurde ich muss sagen wenn ich wenn ich teilweise sehe was was jemand wie ich anrichten kann mit dem champion der den nie spielt dann möchte ich nicht wissen wie das ist wenn das jemand macht der den champion main das ist halt immer das darf man nie vergessen alter wenn wenn jemand den champion main wie der damit eskalieren muss alter 80 carrying 2k 17 das ist auch so ein richtiges ich glaube das ist das ist glaube ich dieses neue 2k 17 meme oder ja 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 das ist einfach mega heftig wir ficken jetzt Gibt's? Wird. Gibt's? Aha. Gut Job. Ich hoffe wir noch ein nächstes bekommen wegen der Lantern ey. Ähm. Was? Alter ist das dumm. What? What? Alter ist der Champion total behämmert. Alter wirklich. Hast du das gesehen? Ja. Ich hab nen Auto-Attack gemacht und nen Coup. Da war der weg. Tot. 100-0. 100-0. 100-0. 100-0. Hä? Das ist ja komplett busted, Alter. Was ist das denn? Das kann doch nicht normal sein, Alter. Das ist doch nicht balanced. Ich sag dir, wenn du early die 5 Stacks bekommst, ne, mit Rango, dann bist du so broken, Alter. Das ist komplett Bruch. Der war full life, Alter. Vor allem überlegt mal, der hat ja noch seine Lane sogar gewonnen, ne? Ja. Weil der, oder zumindest outfarmt, Alter. Das ist ja, aber es ist ja egal. Weil, der platzt halt trotzdem wie ne Blaume weg, ey. Ich glaub, der Kalista ist ein bisschen, die ist glaub ich ein bisschen getiltet. Oh, der Jace ist aber auch ein bisschen Schaden gemacht. Ja, Jace ist auch richtig schlimm. Das ist generell, ne, diese ganzen Champions, die einfach Black Cleaver bauen können, damit tanky sind. Und gleichzeitig auch noch, äh, AD-Karis zerficken. Ich mein, guck dir den an, den Hackerim, ne? Obwohl der Hackerim so kacke ist, ist der trotzdem eine Gefahr für die Jinx, ne? So, ich will nochmal was sehen, was lustiges. Oh. Oh. Ich wollte noch wehdrücken, Alter. Ich hab mal meine Tasten rein. Wer hat mir denn so viel Damage gemacht? Holy fuck, ey, der, der, Ruinion Soul hat mir so viel Damage gemacht. Hab ich dir jetzt erst gesehen. Hätte ich gar nicht gedacht. Wollt, der hat neun Kills? Wollt, der von meinen neun Kills her? Na gut, der hat jetzt gerade Triple bekommen. Holy fuck. Aber ich hab immer das Problem mit Rengar, dass ich irgendwann, hab ich das Gefühl, ich bin useless. Aber eigentlich musst du als Rengar nur eins machen. Und zwar den AD-Carry direkt töten. Ich glaube nicht mal, dass man Thunderlords The Cream nehmen muss. Ich glaube, das ist wahrscheinlich besser, wenn man, äh, ja, Storm Raiders mitnimmt. Dann bist du einfach noch ultraschnell. Weil du bist ja, glaub ich, auch außerhalb des Invers noch mal schnell, oder? War das nicht so? Ja. Ja, Mann. Loll. Loll. Okay. Die haben surrendered. Gut, Leute, dann würde ich sagen, was dann für heute ist. Schreibt mal eure Meinung bezüglich des Patches in die Kommentare. Äh, ich finde es auf jeden Fall, äh, ne, ich bin ein super schlechter Rengar-Spieler. Ich finde es mega kacke, dass Rengar nicht genervt wurde. Ähm, ich finde es gut, dass Poppy genervt wurde, Syndra genervt wurde, Lee Sin wurde genervt. Äh, das sind so Champions, die echt super stark sind aktuell und deswegen auch gut, dass sie genervt wurden. Und vor allem wurde kein Edicary genervt, ne. Das ist das Wichtigste, ne. Äh, und. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Mal bis dahin. Haut rein. Ja. Ja. Ich muss ja wieder sais oder nicht kurz, äh.